so moin ihr gasnasen wir dürfen jetzt nur nicht nach rechts gehen weil da stehen meine nachbarn die wollen wir nicht filmen aber da ist hund kommen wir mit balu da haben wir hund nummer eins zwei hunde nein doppelpiece an tanzverbot der hurenbock so müssen wir auch noch mal ganz kurz machen aber wir haben uns nicht lumpen lassen dopcookie hat richtig geld ausgeben ihr wisst ja youtube verdient richtig gut ich nicht deswegen habe ich mich hochgeschlafen wir haben uns jetzt schäfchen angelacht so mein hund testet noch schnell schäfchen aus hey du wirst jetzt ein youtube star so ja da sie die hand von meiner nachbarin ist nicht so schlimm ein schädchen mal gucken vielleicht können wir auch streicheln aber hier haben uns richtig lumpen lassen fandet ja toll mit den tieren so mal gucken mein hund hat gerade einen elektroschock bekommen von diesen netten zauern hier wir gehen jetzt einfach mal dahin geht der damit war kein film hier von uns das ist nämlich ganz toll freunde hunde können nicht lesen das war gerade jetzt wollen wir euch natürlich nicht beim kacken will nur mein schäfchen arsch findet das soll ja ihr werdet youtube stars sagt mal was moment das ist julchen wir versuchen jetzt die kamera sauber rum zu kriegen da das kleine ist jule ist vor meinen nachbarn sagt mal hallo hallo so das sind die die ich immer so toll lobe im stream jetzt müssen wir nur aufpassen so das sind die kleinen hunde nachher im live stream ich lade euch das kurz bevor ich live gehe hoch und nur zur information heute gibt es irgendwas ich weiß noch nicht was ich genommen habe aber in diesem sinne grüße gehen raus am buschkitty und antonia ihr wolltet den scheiß ihr kriegt den scheiß stefan spielt nachher ein lustiges spiel mit euch wenn ihr das habt könnt ihr mitspielen ich sage schon aber tschüß mich später tschüß